Herzlich Willkommen zu Swiss eSports Weekly. Diese Woche geht es unter anderem um die Swiss Gaming Challenge, WU FIFA und den neuen SDSF-Präsidenten. Die Fantasy Basel steht vor der Tür und auch das Jahr findet wieder die Swiss Gaming Challenge statt und zwar in Overwatch, League of Legends und Rocket League. Die Finale der SGC werden auf der Bühne der Fantasy Basel ausgetragen und der erste Qualifier für die drei Games hat am Sonntag in Zusammenarbeit mit der SSL stattgefunden und boy, hat es ein paar schwere Kaliber unter den Teilnehmern gehabt. Wir machen es kurz und knackig. In Overwatch hat Silent Game in der Qualifier gewonnen. In League of Legends ist es SPG und in Rocket League sehr wet. Seit drei Wochen läuft der neuste Streich von der SSL, Dota 2 Spring Season. Wir werfen den Blick auf die aktuellen Standings und checken ab, welches Team aus der Premier Division die grösste Chance hat, sich das AGES zu graben. Main Sanity dominiert bisher diese Liga mit einem perfekten Score. Auch Slippery One Red ist sehr gut drin, sie haben aber letzte Woche gerade ihr ersten Match gegen Red Panda Lifting verloren. Drei von vier Spiele von letzter Woche sind aber noch offen, das heisst, die Standings werden sich sicher noch ändern. Wir haben euch ja letzte Woche vom KF Stone in Bühl berichtet. Die fünfte Ausgabe der bekannten Schweizer Hearthstone Turnierreihe musste jedoch frühzeitig abgebrochen werden. Die Duellen sind ein wenig zu lang gegangen und die Location hat die Türe zugemacht. Das Finale wurde jetzt aber nachgekalt und im letzten Spiel sind sich die zwei Welschen, Hensio und Rabin, gegenübergestanden. Gewonnen hat Hensio mit einem 3 zu 0. Acht Wochen lang ist Game-Turnier mit der FIFA-Schweizer-Meisterschaft durch die Schweiz gedauert und in diesem Samenstein hat in Winterthur der letzte offizielle Qualifier stattgefunden. In eineinhalb Wochen an die Fantasy Basel reisen Marvin Wolf und Besmir Souta. Du hast noch eine allerletzte Chance und zwar am Wildcard-Turnier vom 6. Mai, organisiert von den 20 Minuten in den E-Studios. Ebenfalls in Basel, diesmal im Kongresszentrum, findet der Blick E-Sports Cup statt. Wer den Cup gewinnt, hat die Chance an den FIFA E-World Cup Qualifikationen mitzuspielen. 320 Spieler nehmen Teil aus Deutschland, Österreich und natürlich der Schweiz. 80 davon sind eingeladen, weitere 240 sind nach einem Alderschluss ausgelöst worden. Am Freitagabend konnten sich dann ausserdem noch vier PS-Spieler für den Blick E-Sports Cup qualifizieren. Und das im E-Paradise. An allen anderen für die Bitriblets sind Musa, Diogo, Nemanja und Leon. Farbefroh ist es am Samstag im E-Paradise geworden. Dort hat das erste Splatoon-Turnier in Zusammenarbeit mit Nintendo und Hardread.ch stattgefunden. Die Schlacht mit den Farbkübeln konnte Team Bergbauer für sich entscheiden. Und sie haben ein paar coole Sachpreise von Nintendo mitgenommen. Am Sonntag in Luzern sind wieder fleissig Karten aneinandergereiht worden. Es hat der zweitletzte Qualifier der Innovatica Masters stattgefunden. Auf dem besten Weg zum Master of Cards ist Sabata. Er gewinnt den Qualifier und kann jetzt auch im Finale an der Fantasy Basel mitspielen. Der letzte Qualifier findet übrigens dann nicht in der Mana-Bar statt, sondern direkt an der Fantasy Basel selbst, und zwar am Stand der Innovatica Masters. Am vergangenen Samstag hat die Generalversammlung vom Schweizer eSportverband stattgefunden. Nachdem Vincent Köckler gesagt hat, dass er nicht mehr als Präsident kandidieren wird, wurde ausserdem über einen neuen Präsidenten abgestimmt. Wir dürfen jetzt neu in diesem Amt Boris Mayankurt begrüssen. Ausserdem findet bis am 17. Juni eine ausserordentliche GV statt, die über die weitere Zusammenarbeit mit dem SCSL abgestimmt wird. Machen eure Kampfstiefeln und Bratpfannen bereit. Die SCSL hat die offizielle PUBG-Season angekündigt. Am 20. Mai startet die Season. 20 Teams werden mitmachen können, 12 davon werden eingeladen und die anderen 8 Slots werden durch den Qualifier besetzt. Den Qualifier findet am 13. Mai statt. Anmeldet könnt ihr euch auf www.ssl.ch In Feraltdorf bricht wieder der 2. Weltkrieg aus. Waffen müsst ihr keine mit den PS4-Kontrollen legen. Am 5. Mai findet im Hegathaus ein weiteres Call of Duty Turnier statt. Das Gewinnen gibt es 1'000 Franken. Der Tastingo Cup. Tastingo! Danke, Dave. Ein Hearthstone Event, organisiert vom Hadek, geht in die zweite Runde. Der erste Qualifier für den Tastingo Cup findet am 5. Mai in Niederglatt statt. Den Anmeldenlink für den Qualifier findet ihr unter Twitter-Handle TastingoCup. Das Dümmste, was ich seit langem gelesen habe. So die Worte von unserem League of Legends Experten Raphael Aspartame King. Es geht um das neue Ranked System, das Riot vor kurzem angekündigt hat. Neu werden die Spieler jetzt nicht mehr über alle Games gewertet, sondern über die Räume, die sie spielen. Die Meinungen zu diesem System gehen auseinander. Ein paar Spieler haben sie so ertroffen, dass man sie seitdem nicht mehr online auf Twitter gesehen hat. Danke fürs Zuschauen. Wir machen jede Woche neue Videos. Wenn du mehr über die Schweizer eSports-Szene erfahren möchtest, siehst am besten auf eSports.ch. Der Streamer vor der Woche ist in der Mitte. Er zockt hauptsächlich Shooter wie Far Cry 5, PUBG, Star Wars und auch ein bisschen Overwatch. Schaut auf jeden Fall beim sympathischen Berner Bub mal vorbei. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss zusammen. eSports.ch Powered by UBC WBC 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 WBC